Kann ich nach meiner Altersteilzeit, wenn ich also in Rente gehe, danach wieder eine Tätigkeit beginnen oder aufnehmen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe hier eine Anfrage bekommen auf RentenBescheid24.de. Hallo, ist es möglich, nach meiner Altersteilzeit wieder eine Tätigkeit auszuüben? Meine Rente ist nach der Altersteilzeit sehr niedrig, ca. 1400 Euro, obwohl ich über 35 Jahre gearbeitet habe. Ein Beamter kommt da nach 5 Jahren Arbeit schon 1800 Euro. Das war so der Satz, der noch so mit reingehörte, damit das also sozusagen vielleicht auch noch eine Begründung dafür sein könnte, dass der gute Mensch, der Anfragende hier eine Tätigkeit nach der Altersteilzeit aufnehmen möchte. Ja, also das ist an sich überhaupt gar kein Problem. Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis, das ist ein Arbeitsverhältnis, endet mit Ablauf der passiven Phase. Das heißt also, wenn die passive Phase der Altersteilzeit beendet ist und Sie dann dort in Rente gehen, können Sie neben der Rente unbegrenzt dazu verdienen, wie viel Sie wollen. Das heißt also, Sie können bei einem anderen Arbeitgeber ein ganz normales Arbeitsverhältnis beginnen, meinetwegen im Monat 3000 Euro brutto und Ihre Altersrente dazu auch noch haben, denn wir haben ja seit dem 01.01.2023 keine anrechenbare Hinzuverdienstgrenze mehr bei einer vorgezogenen Altersrente. Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis ist, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Ich wollte schon sagen, stinknormal, ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Und das ist befristet auf das Ende der passiven Phase. Und meistens gibt es ja in den Altersteilzeitverträgen Regelungen, dass eine Tätigkeit im Bereich der Geringfügigkeitsgrenze, wenn man das dem Arbeitgeber anzeigt, bei auch in der passiven Phase der Altersteilzeit kein Problem ist. Da muss man aber die entsprechenden einzelnen Verträge sich mal anschauen. Aber grundsätzlich endet das Arbeitsverhältnis mit Ende der passiven Altersteilzeitphase. Also das ist die Phase, wo Sie dann zu Hause bleiben und Ihr volles Geld vom Arbeitgeber bekommen, Ihr Altersteilzeitgehalt noch weitergezahlt bekommen. Und danach können Sie machen, was Sie wollen. Also gibt es keine rechtlichen Restriktionen, die es Ihnen verbietet, nach der Altersteilzeit dann nicht mehr arbeiten zu können. Sie können wahrscheinlich dann beim gleichen oder beim selben Arbeitgeber, bei dem Sie die Altersteilzeit vereinbart haben, nicht mehr arbeiten. Aber im Normalfall ist das dann nach Auslaufen der passiven Altersteilzeitphase überhaupt kein Problem mehr. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel